Die Legende lebt, die Legende lebt Die Legende lebt, die Legende lebt Damit bin nicht ich gemeint, liebe Zuschauer von Tirol TV Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer AK Tirol Tour 2018 Und ihr seht es, wo ich bin, am frisch verlegten Rasen des Tivolis Der alte Rasen hat fast 10 Jahre gehalten und der soll es wieder 10 Jahre lang schaffen Und wir hoffen natürlich, dass er sehr viele tolle nationale und internationale Spiele beherbergt Heute beim FC Wacker zu Gast Wir schauen uns die Arbeitsbedingungen hier bei diesem Top-Club der österreichischen Bundesliga an Außerdem treffen wir den Präsidenten Gerhard Stocker Den Präsidenten der Arbeiterkammer Erwin Zangerl Und natürlich die Mitarbeiter des FC Wacker Innsbruck, die im Hintergrund an tollen Programmen stricken Wir hören heute ganz exklusiv über ein ganz tolles Zukunftsprogramm, das weit über Innsbruck hinaus wirken soll Und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen kicken Hoffentlich muss ich nicht ins Tor Schön, dass ihr dabei seid Und ich treffe jetzt gleich Il Presidente Gerhard Stocker Das ist nochmal der große Moment für die Spieler, wenn sie aus den Katakomben hinaus in ein vollgefülltes Tivoli-Stadion marschieren Und wir haben jetzt auch einen schönen Moment mit unserem Präsidenten Gerhard Stocker Gerhard, ich glaube, wenige Fußballfans in Tirol haben diese Auf und Abs mit diesem Traditionsverein so miterlebt wie du Wie ist es denn? Was bist du für Präsident? Bist du eher der Philosoph oder der Pragmatiker oder der Emotionale? Ich glaube, in dem Geschäft muss man schon immer am Boden bleiben, demütig bleiben, nicht himmelhochraucht sind und zu Tode betrübt Weil es ist ja wirklich ein volatiles Geschäft und da kann man nicht alle Höhen und Tiefen komplett mitmachen Man muss immer vernünftig bleiben und immer am Boden bleiben Was wäre denn, ich meine, ich habe ein Bild von dir im Kopf, wo du sehr emotional warst Was wäre denn dein jetzt im Nachhinein bisher emotionalster Moment mit dem FC Wacker? Ja, der emotionalste Moment ist schon eine Zeit zurück Das war einfach der Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga Weil damals hat es geheißen, nach dem Mega-Crash vom FC Tirol, das dauert mindestens fünf, sieben Jahre Damals war es aber auch so, dass sportlich eigentlich uns der Verein etwas davongelaufen ist, wir organisatorisch gar nicht nachgekommen sind Bisschen eine ähnliche Situation wie jetzt Jetzt ist es ja auch so, dass der Verein eigentlich sportlich explodiert ist in der letzten Meisterschaft Weil fünf Aufstiege, das gibt es sicher nicht alle Tage Und die Bundesliga jetzt als Herausforderung in diesem Jahr Ich glaube, die Ziele von euch sind klar gesteckt Man will auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben oder geht es sogar noch von der Zielsetzung her an Sprung nach oben? Ja, mit den Zielsetzungen, da möchte ich auch einhaken Meine Lebensformel, das Ergebnis ist Qualität mal Akzeptanz Wir müssen uns sozusagen extrem um Qualität kümmern Und wenn die groß akzeptiert ist, auch beim Publikum, dann wird es ein hohes Ergebnis geben Und beim sportlichen Zielen ist es einfach so, man muss sich jedes Spiel bemühen Und dann wird auch das Ergebnis dann in der Tabelle zum Schluss ein entsprechendes sein Für uns ist momentan einfach wichtig, ich sage immer, wichtig wäre ein einstelliger Tabellenplatz bei der 12er Liga Dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun Und wenn es ganz gut läuft und wenn die Mannschaft sozusagen einen Lauf hat Und es passieren würde, dass wir unter die ersten Sechs kommen Also in die obere Gruppe Dann wäre das schön, aber ist nicht sozusagen jetzt das Ziel Wenn wir jetzt ein bisschen aus Arbeitnehmersituation herausschauen Man glaubt das ja nicht Man geht einem Tivoli, man schaut sich ein tolles Spiel an Danach fährt man heim und betet die ganze Geschichte wie so ein Hobbytrainer nach Und in Wirkrat steckt ja hier ein sehr großer Betrieb dahinter Mit ganz vielen Angestellten, mit vielen Arbeitnehmern Und mit zum Teil auch schwierigen Arbeitsverhältnissen Kannst du uns ein bisschen aufklären, wie viele Mitarbeiter hat denn der FC Wacher Innsbruck? Ja, vielleicht eine Zahl Da sind alle überrascht Monatlich müssen, ob Aufwandsentschädigung oder Gehalt Also auch die Spieltagshelfer bekommen Aufwandsentschädigung Zum Beispiel Kassendamen oder dann das Trainergehalt oder Spielergehälter Es müssen monatlich 170 Personen abgerechnet werden Also das ist schon kein Kleinbetrieb mehr Und von den Spielern her, ich stelle mir das vor Sind das wie freie Mitarbeiter oder haben die echt aufrechte Arbeitsverträge mit euch Die auch ganz normal dem Arbeitnehmerschutz unterliegen? Ja, es gibt ja auch einen Kollektivvertrag Also das sind ganz normale Dienstnehmerverhältnisse Wie bei anderen Firmen auch Wenn ich mir jetzt ein bisschen in die Zukunft schaue Man hört, ihr habt tolle Konzepte Die jetzt nicht mehr in Schubladen liegen Sondern die bald schon umgesetzt werden Ich habe da glaube ich auch mit jungen Mitarbeitern vom FC Wacher Dann noch die Möglichkeit zu sprechen Kannst du uns ein bisschen verraten Was die Gesamtvision hinter dieser Entwicklung Zukunftsprogramm FC Wacher Innsbruck ist? Also meine persönliche Vision ist Dass wirklich anerkannt wird Da geht es nicht um einen Verein Sondern um ein echtes Spont-Unternehmen Und das gehört dann auch strukturell so geführt Wie ein Unternehmen geführt werden muss Sprich mit Aufsichtsrat Mit bezahlten Geschäftsführern Weil Ehrenamtlichkeit in diesem Bereich Sozusagen einfach in dem Maße nicht mehr Platz hat Und wenn wir so ein bisschen auf die Zukunftsplanung Bezüglich des Nachwuchses Und bezüglich der Trainingsmöglichkeiten gehen Was versteckt sich hinter diesem Zukunftsprogramm? Ja das ist ganz einfach Ganz nüchtern betrachtet In Tirol sind wir das letzte Bundesland Wo der Spitzenklub kein Trainingszentrum hat Und da sind halt Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen Und mein Credo Wenn da alle zusammenhelfen Können wir wirklich innerhalb kürzester Zeit Dinge wegmachen Die man in den letzten Jahren verschlafen hat Letztes Stichwort zusammenhalten Ich glaube da geht es jetzt auch um die Aktivitäten im Marketing Und vor allem in der Aktivität des Sponsorings Wo es ja immer noch glaube ich Zum Teil ein bisschen verqueren Zugang Von den sogenannten Sponsoren Oder den möglichen Sponsoren geht Da geht es hier nicht um eine Subventionierung Sondern du siehst das glaube ich ein bisschen anders Ja ist klar Sponsoring ist eine ganz normale Geben, Nehmen Situation Man muss da immer schauen mit dem Sponsor Und dem Gesponserten Dass es einfach eine Win-Win-Situation gibt Aber wir als Verein Haben einfach die Aufgabe So sympathisch zu sein So aufzutreten Dass jeder Sponsor mit unserer Gaudi hat Und uns gerne unterstützt Und nicht dass ihr glaubt Dass hier leichtfertig mit den Geldern umgegangen wird Es ist nämlich fast keines vorhanden Das könnte man so sagen Wenn man nämlich die Klubs Die in der Bundesliga derzeit spielen Wirtschaftlich vergleicht Ich glaube da hast du ganz knackige Summen Wo einem eigentlich Angst und Bang werden müsste Um das wirtschaftliche Auskommen des FC Wacker Ja es ist einfach eine Herausforderung Wir jammern nicht Wir zeigen auf Wir bieten an Möglichst viele Leute sollten einfach Positiv an uns glauben Auch Vorurteil Positives Vorurteil sozusagen Um Vertrauensvorschuss geben Und ein möglicher Teil Von einer möglichen Erfolgsgeschichte werden Und dann wird das klappen Im Vergleich mit anderen Vereinen Ist es auch etwas schwierig Weil die Rahmenbedingungen bei den Vereinen verschieden sind Aber Tatsache ist Dass wir sicher nicht mit Geld zugeschüttet sind Dann hoffen wir das allerbeste natürlich auch für die Dass du noch ganz viele schöne Jahre als Präsident erlebst Mit sehr viel positiven Energien Und vor allem mit einem tollen Team Und ich glaube da lernen wir jetzt gleich zwei Herren kennen Ja das Team ist für mich sozusagen sowieso alles Allein ist man sowieso erschossen Also für mich ist unglaublich Wie das Team jetzt in den letzten 15 Monaten Wo ich jetzt dabei bin da Wirklich an einem Stand zieht Sonst wäre das alles nicht möglich gewesen Was da jetzt passiert ist Und mit wem spreche ich jetzt gleich? Wahrscheinlich mit Felix Kotzebeck Und Peter Margreiter Und dann hoffentlich vielleicht auch noch mit einem Spieler Werden wir schauen Und natürlich mit unserem Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl Und den müssen wir auch noch überreden Dass er mit uns unter Umständen einen kleinen Kick wagt Und da sitzen wir jetzt auf der Südwesttribüne Für alle Waka-Fans Das ist da wo eigentlich selten jemand sitzt Weil da kann man ganz in Ruhe das Spiel genießen Mit zwei der jungen Riege aus dem Management Mit dem Klubmanager Mit dem Peter Margreiter Und mit dem für die Kommunikation zuständigen Felix Kotzebeck Felix, wir haben heute vom Präsident Schon ein bisschen was gehört Über Zukunftsplanung Über die Erfolge Auch in der vergangenen Saison Es gibt da ein Stichwort Zukunftsprogramm FC Waka Innsbruck Du bist einer der Ideenträger Erzähl uns ein bisschen, worum geht es da? Bevor wir darüber reden, worum es geht Müssen wir kurz darüber reden, worum es das Ganze gibt Und gründen das Ganze darin Dass es die letzten vier Jahre in der zweiten Liga nicht so leicht war Und ziemlich viele Menschen haben dann den Rücken zugewandt zum Verein Und wir haben gesagt, da müssen wir was tun Weil wir können weder die Flinte ins Korn werfen und es lassen Oder wir machen was Und dann haben wir gesagt, dafür brauchen wir irgendwo ein emotionales Motto Das war dieses Endlich wieder wacker Endlich wieder wacker sein Im Sinne von frech sein, mutig sein, darf sein Aber wieder wacker sein, wie wir es früher schon mal waren Nämlich ein geachteter, erfolgreicher, toller Verein, der die Leute anzieht Und das war der emotionale Switch Und wir haben gesagt, das Ganze emotional reicht nicht Wir brauchen eine inhaltliche Unterfütterung Und das ist das Zukunftsprogramm Und in dem Zukunftsprogramm, glaube ich, geht es im Grunde genommen Um einiges mehr, als dass das Wackerstadion wieder schwarz-grün wird Genau, das Zukunftsprogramm ist unterteilt in vier Teile Da gibt es Ziele im Sport Also was wollen wir erreichen und was brauchen wir dafür Es gibt Ziele in der Organisation Das ist der ganze Verein als Struktur Da gibt es Ziele in den Finanzen Finanziell, das ist einmal die Basis für das Ganze Und es gibt Ziele in der Infrastruktur Und gerade in der Infrastruktur, da haben wir viele Ziele Weil da haben wir viel Aufholbedarf Und da, glaube ich, gibt es jetzt gerade konkret einige Pläne Wir sind gerade mitten in den Entscheidungsphasen Das heißt, man kann, Peter, nicht zu sehr ins Detail gehen Aber worum geht es im Groben auch, was die Infrastruktur anbelangt? Ein bisschen kann man schon ins Detail gehen Der Felix hat es eh schon angesprochen Es geht darum, dass das Ziele-Stadion für die Besucher Wieder zu einer richtigen Heimstätte wird Damit wir da wirklich wieder eine Fußball-Arena haben Das heißt, es geht weit darüber hinaus Dass das Ganze nur schwarz-grüner wird Sondern es geht darum, Aufenthaltsbereiche zu schaffen Zum Beispiel für die Fans, für die Besucher Dass es wieder ein Spieltagskafé gibt Natürlich auch die Geschäftsstelle ist relativ schmal zurzeit Da werden wir auch schauen, dass wir das Ganze wieder erweitern Und so gibt es ganz viele Projekte rund ums Tivoli-Stadion Wo ich aber schon erwähnen möchte, dass uns die Olympia-Welt da sehr tatkräftig unterstützt Dass wir da wieder Fußballfeste in Zukunft feiern können Die ein bisschen übers reine Spiel hinaus gehen Und es geht natürlich auch um ein Spreading sozusagen des Vereins Dass er ganz Tirol erreicht Und da geht es glaube ich auch um Trainingszentren und Ideen Sich vielleicht wakermäßig ein bisschen Tirolweit zu etablieren Das stimmt Im Grunde genommen ist es so, dass jeder Profi-Fußballverein ein Trainingszentrum braucht Die Rahmenbedingungen da in Innsbruck sind einfach einschränkend Wir haben derzeit 17 Mannschaften Also fünf erwachsene Mannschaften und Nachwuchsmannschaften Die sich im Grunde genommen ein bis zwei Plätze teilen Das geht sich nicht aus Die anderen Bundesligamannschaften leben uns das vor Wie ein modernes Trainingszentrum ausschaut Ein ganz gutes Beispiel haben wir nicht weit von da in Bozen Also 100 Kilometer weiter südlich im Grunde genommen Und sowas schwebt uns vor Wir sind da mit einigen Gemeinden in Kontakt Ganz konkret, kann man schon sagen, sind wir am weitesten mit Mirming Das sind ganz hervorragende Voraussetzungen, um sowas im Oberland zu realisieren In meiner Heimatgemeinde, ich wäre narisch Meine Herren, das könnte bedeuten Die Legende lebt auch für die nächsten Jahre Und das ist, glaube ich, für euch eine Riesenmotivation, um das anzupacken Genau daran arbeiten wir, genau Fußballergebnisse für die Tiroler zu schaffen Das ist unser Auftrag Und wenn die Legende lebt, dann hoffentlich möglichst lange und hoffentlich zufrieden Dann würde ich sagen, werden wir diesen kleinen, geheimen Hit Der hier am Tivoli entstanden ist, jetzt gemeinsam genießen Die Legende lebt Und passend dazu treffe ich mich danach mit zwei Präsidenten im Legendenstüberl Zwei Stockwerke weiter oben Die Legende lebt Die Legende lebt Die Legende lebt Immer wieder Ein Traum, ein wunderbarer Traum, der wurde tausendfach geträumt, bei uns da im Tivoli. Ein Meer, ein wunderbares Meer, aus tausenden Menschen, die dort stehen, bei uns da im Tivoli. Und hat man so oft nur gefangen, nur gehorn, hat gelacht und geweint, doch immer wieder hat die Sonne gescheint. Ein Traum, ein wunderbarer Traum, wird immer wieder neu geträumt, bei uns da im Tivoli. Die Legende lebt, die Legende lebt, immer wieder, immer wieder. Die Legende lebt, die Legende lebt, unser Stern geht immer wieder auf. Unser Stern geht immer wieder auf. Sag, weißt du, wie das Leben spielt, das Leben spielt nicht immer mehr. Oh, 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 oh. Doch wir stehen wieder auf. Sag, weißt du, was Verlieren heißt, wenn man dich zu Boden reißt? Oh, 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 oh. Doch wir stehen wieder auf. Mal fehlt dir das Glück, doch dann kehr es zurück. Wenn du fällst, kommst du drauf, immer wieder fange Freude dich auf. Und unsere Hoffnung ist schwarz-grün Und fallen wir vielleicht auch einmal hin Oho, wir stehen immer wieder an Die Legende lebt, die Legende lebt Immer wieder, immer wieder Die Legende lebt, die Legende lebt Unser Stern geht immer wieder aus Die Legende lebt, die Legende lebt Immer wieder, immer wieder Die Legende lebt, die Legende lebt Unser Stern geht immer wieder aus Unser Stern geht immer wieder aus Unser Stern geht immer wieder aus Die Legende lebt Hier sitzen wir im Legendenstübel Man stelle sich vor, der Drenkwalder mit zwei Präsidenten Also das ist für mich schon große Ehre Erwin, bitte sag uns doch kurz Deine nicht-fussballerische Vergangenheit Ich glaube, die ist nicht so besonders rühmlich Aber bist du ein FC-Wacker-Innsbruck-Fan? Ich glaube, das sollte jeder Tiroler und jede Tirolerin sein Weil das natürlich ein Markenzeichen ist Nicht nur für Fußball, sondern auch für ein Land Und ich glaube, eine tolle Fußballmannschaft im Land zu haben Ist auch ein Vorbild natürlich für alle anderen Vereine Die im Land unterwegs sind und spielen Es hat ja nicht nur jetzt fußballerische Auswirkungen Sondern natürlich für ein Land auch wirtschaftliche Auswirkungen Eine tolle Geschichte, toller Fußball Und ich glaube, wir sind am guten Weg Dass wir tolle Siege vor uns haben So hoffe ich zumindest Ich weiß, du magst das nicht so gerne Aber nur, dass ich es einmal kurz gefragt habe Warst du selbst aktiver Fußballer? Ja, in der Jugend natürlich schon Auch in der Schule und so weiter Aber immer sehr kurz Ich war immer hinten in der Verteidigung Meine Aufgabe war dann zu stoppen Und dann habe ich meistens die rote Karte gekriegt Und dann war das Spiel beendet Daher deine Allergie gegen? Ich habe keine Allergie gegen Rote Das sind natürlich Jugenderfahrungen Ich habe auch ab und zu ein Gelb gekriegt Also es war nicht immer gleich die Rote natürlich Wir haben zuerst ein bisschen mit dem Präsident Gerhard Stocker Über die Arbeitssituation Und auch über die Angestellten-Situation hier gesprochen Und man muss schon einmal sagen Es ist ja nicht nur das, was man quasi in der Tageszeitung liest Wacker ist aufgestiegen, Bundesliga Sondern da hat sich ja im sportlichen Hintergrund Auch unglaublich viel getan Eine Leistungsexplosion Die uns glaube ich österreichweit fast ein bisschen an die Spitze gehievt hat Nur war es das fast keiner Ja es ist einfach sportlich Habe ich ja schon gesagt Ist der Verein explodiert Bei der letzten Meisterschaft Also es sind fünf Mannschaften aufgestiegen Vier Mannschaften sind Meister geworden Und die zweite Herrenmannschaft haben wir nachgezogen in die zweite Liga Jetzt spielen Damen 1 und Damen 2 Herren 1 und Herren 2 immer in den obersten Ligen österreichweit Und das ist natürlich für die Hintergrundarbeit Eine riesen Challenge Eine riesen Herausforderung Erwin Ich glaube gerade hier beim FC Wacker Spürt man das ganz brutal Dass das professionelle Arbeitsverhältnis Extrem aufgeladen ist mit Emotionen Und ich glaube das birgt unglaublich viel Möglichkeiten Aber eben auch einige Risiken Wie siehst du das? Ja aber ich glaube Da geht es jetzt nicht um Selbstausbeutung In dem Sinn Was man ja oft hört Und auch kennt Sondern das ist ein positiver Stress Natürlich Einen positiven Stress Heben die Menschen gut aus Weil es ja motiviert Und ein Verein kann auch für sich nur Im Zusammenwirken von Angestellten Aber auch von Freiwilligen Natürlich funktionieren Das wissen wir alle Vor allem dann natürlich Die Menschen wollen ja am Wochenende Fussballspiel sehen Klarerweise Und du brauchst halt viele Freiwillige Du brauchst viele Angestellte Du brauchst eine tolle Motivation Und ich glaube Wenn dann das Ergebnis auch beim Fußball passt Dann sind alle glücklich und zufrieden Und eines ist natürlich klar Bei einem Verein wie dem FC Wacker Innsbruck Ist nicht nur die Vorbildfunktion In irgendeiner Form für die Jugend da Sondern der Nachwuchs ist hier ein ganz großes Thema Der Nachwuchs Der sich körperlich betätigt Also quasi sportlich betätigt Und trotzdem Lehre und Studium Und Ausbildung nicht vernachlässigt wird Ich glaube das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt Ja ist klar Einmal die Vorbildfunktion natürlich Für Junge Die sagen Das ist ein toller Sport Da will ich mich engagieren Da will ich auch Chancen haben Da will ich auch eine Richtung sehen Wo kann ich mich hin entwickeln Auf der anderen Seite natürlich nicht zu vergessen Dass natürlich das berufliche Umfeld Auch gegeben sein muss Weil irgendwann kann ich dann nicht mehr spielen Und das ist ganz entscheidend natürlich Dass da auch Perspektiven sind Dass man sich auch beruflich natürlich Oder schulisch engagiert Sich weiterentwickelt Und dann im Prinzip dann vom Fußball Irgendwann natürlich in den Beruf einsteigen kann Und ich glaube da ist dieser Klub auch vorbildhaft Gerhard wie siehst du das Wie ist das hier aufgestellt Beziehungsweise was würdest du jetzt Einem Jugendvater Mit einem talentierten Kind Das Fußballspielen kann raten Wie wäre da jetzt ein vernünftiger Gang Um das Talent des Kindes zu fördern Ja wichtig ist einmal Dass das Kind sozusagen Vorstellungen hat Was es will Im Endeffekt muss man immer parallel schauen Fußball alleine Da kann man verletzt werden Da kann man auch sozusagen In der Dropoutrate Im Alter von 16 bis 18 Jahren Ist die ja sehr riesig Dass man da einfach schaut Dass wirklich Berufsausbildung Schulische Ausbildung Parallel dazu Einfach gegeben ist Und nachher geht es sowieso um Lebenslanges Lernen Wie gesagt Fußballer kann man nicht Bis zur Pension sein Also es ist einfach extrem wichtig Dass der Mensch Gesamtheitlich ausgebildet wird Aber wenn wir vom Vorbild FC Wacker Innsbruck sprechen Ich glaube es gibt hier schon Ganz ganz viele Beispiele von Leuten Die hier quasi Ihre ersten beruflichen Sporen Verdient haben Und heute auch noch Im Geschäft sind Und eine tolle Karriere hingelegt haben Ja es ist einfach wichtig Dass sich die Leute Nicht nur auf Fußball Konzentrieren Man sieht es ja auch Im Trainergeschäft oder so So viele Leute Kann man in dem Geschäft Nicht beschäftigen Also es ist wichtig Dass viele auch in anderen Berufen Dann sattelfest sind Und sich dort weiterbilden Beziehungsweise dann auch Weiter profilieren Und da gibt es genug Beispiele Also ich sage sowieso Fußballer Die sind sehr teamorientiert Die bringen alle diese Herausforderungen mit Die ein Berufsleben einfach Haben muss Erwin abschließend Vielleicht noch Wo siehst du den FC Wacker Sagen wir jetzt In einem halben Jahr Beim Meister Oder fast einem Dreivierteljahr Beim Meisterschaftsschluss Wo wollen wir den FC Wacker haben Der Wellenplatz Ja der Wunsch ist natürlich Meister Ist keine Frage Weil sonst Wäre die Motivation auch schon weg Weil davor Sagen wir es ein Anfassungsweise Mit welchem Platz zufrieden Ich glaube das ist auch Das was den Sport ja auszeichnet Dass man will an die Spitze Und man will dann natürlich Den Erfolg haben Und den Meister zu schaffen Wäre ein toller Erfolg Wäre gut Natürlich für unser Land Und vor allem als Vorbildwirkung Auch klarerweise Für alle Jungen Wo es nachkommen Gut also ich würde mich Ganz gern zwischen euch Zwei ansiedeln Und bin für einen Gesunden Klassenerhalt Vielleicht Top 6 Wäre nicht Ein Wahnsinn Und da halten wir alle die Daumen Und dass ihr zu Hause seht Dass es auch tolle Hobbyfußballer In diesem Land gibt Hätte ich jetzt die zwei Präsidenten Nur auf einen kurzen Krieg eingeladen Ich bin gespannt Ob wir auch da finden Das unseren Schüssen standhaltet Und ich würde sagen Ab auf dem grünen Rasen Vielen Dank für das Gespräch Vielen Dank für's Zuschauen Vielen Dank für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ja liebe Zuschauer von Tirol TV Neben mir steht eigentlich Der Held des Tages Denn er hat mehr gehalten Wie reingelassen Der Alex Eckmeier Von den Amateuren im Tor Alex was würdest du sagen Schusstechnisch Bei wem ist noch ein bisschen Potenzial Also unser Präsident Der Gerhard hat gut geschossen Ich glaube beim Zangerl Erwin Müssen wir noch ein bisschen nachhelfen Aber sonst hat es gut gepasst Und ich habe immerhin gewonnen Hubert Trenkwalder Zwo Gerhard Stocker 1 Erwin Zangerl In diesem Fall 0 Ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht Wir haben heute dem FC Wacker Innsbruck Ein bisschen hinter die Schulter geschaut Da wo eben nicht jeder Hinschauen kann Die AK Tirol Tour 2018 Geht natürlich weiter Und uns freut's Wenn ihr immer fleißig mit dabei seid Alles Liebe Und noch viel Spaß Mit dem weiteren Programm Von Tirol TV Die Legende lädt Immer wieder Immer wieder Die Legende lädt Die Legende lädt Unser Stern geht Immer wieder auf Die Legende lädt Die Legende lädt Immer wieder